Ja, Philippischer, was ist denn echt für ein komischer Name? Schönen guten Abend. Es gibt mehrere Gründe, es soll ja mich richtig freuen. Also, Servus erst mal miteinander, wir sind aus dem Hitz gemacht, und das ist Oberfranken. Sie haben gleich die ganze Gruppe ein ganzes Haus gebaut. Die Bau- und Projektplanung, jetzt hat der Standort festgestellt. Was ihr geschafft habt, dass ihr in ganz klaren demokratischen Prozessen die eigene Mitglieder einbindet, die Dorfjugend einbindet, die Bürger mitnimmt, also auch Akzeptanz schafft für das Bauvorhaben. Ist ja oft gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass jeder gleich begeistert war. Ich habe gesagt, wir brauchen jetzt ein neues Vereinzeichen zum Beispiel. Und der erste Preis geht an den Kreisverband Straubing oben, mit einer Jugendwahlfahrt YOLO. Und der erste Preis geht an den Kreisverband Straubing oben, mit einer Jugendwahlfahrt YOLO. Also, da kommt mir zwischen den 7 KPD. So, alles noch mal, wir können 2014 noch eine super Jugendwahlfahrt Zuchtbekannte, kann man sagen. Es war eine super Veranstaltung, da werden wir weiter machen. Vielen Dank für euren Mut, für die traditionelle Veranstaltung anzuschauen und zusammen mit vielen anderen zu leben, wie können wir sie neu einstellen. Spannende Musik Spannende Musik Vielen Dank.